Musik Heyo Leute und herzlich willkommen zu zu einem weiteren Gameplay Commentary hier auf meinem Kanal, ich bin's euer Brownie und gleich am Anfang bevor ich's vergesse vielen 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 Dank für 300 Abonnenten ihr seid die Besten ohne Spaß 300 Abonnenten Dankeschön dafür ja warum ich heute überhaupt ah ne ne ich glaube ich fang anders an denn das Gameplay hier das ist ein ziemlicher Fail also nicht der Inhalt sondern wie ich's aufgenommen hab die Quali ist richtig scheiße also mit Abstand die dümmste Quali die ich bis jetzt je aufgenommen hab und ähm das liegt ganz einfach daran ich hab jetzt ein neues Aufnahmeprogramm also was also für mich neu also es ist nicht neu sondern für mich neu ähm MSI Afterburner und ja da hab ich ein bisschen die Settings verändern kurz vorm aufnehmen und ja dann hat's ziemlich abgefehlt oh jetzt gedacht kann sie verstecken hä oh my god okay ne gut ähm ja wie gesagt halt Gameplay äh die Qualität ist ziemlich fail aber ja ich hab jetzt leider kein anderes zur Verfügung kein Gameplay und vor allem nix das so gut passt also ich glaub fünf Minuten oder so fünf Minuten dreißig keine Ahnung ähm passt von der Zeit her ganz gut denn was ich ansprechen will ist heute eigentlich eher so was ich mir so gedacht hab was ich denn nicht so machen werd und ja das war's eigentlich so im Groben und Ganzen schon ähm gleich am Anfang noch das Intro wo ihr jetzt gesehen habt hab ich in meiner Promo als so eine Art ja ich will's nicht Outro nennen aber als Outro benutzt ja ist das halt so ähm ja also so in etwa wird auf jeden Fall mein neues Intro auch sehen denn ich hab mein altes Intro gefällt mir irgendwie nicht mehr ich weiß auch nicht und ja soweit zu dem Thema äh ich kam grad von der Schule es ist halb fünf naja gut ich kam von einer halben Stunde heim naja egal muss ich erstmal kurz einen Schluck trinken im Moment so was ich mir so gedacht hab jetzt einfach für also mittlerweile schon 300 Abonnenten hab ich mir einfach gedacht dass ich öfters jetzt auf jeden Fall Lobbys hosten werd oder zumindest versuchen zu hosten wie auch immer oder anders keine Ahnung mein Nattyp ist irgendwie auf strikt und ich rege ihn nicht auf offen keine Ahnung warum ähm ja wenn jemand ne DSL Easybox 802 zufällig daheim hat und den Nattyp auf offen stehen hat der mag mich mal bitte anschreiben das wäre ganz nice zu wissen wie das funktioniert ähm ja egal ähm auf jeden Fall hab ich mir so gedacht ich mach ein paar Open Lobbys zumindest wenn Interesse besteht also ich sag jetzt mal ihr könnt unter dem Video jetzt hier schreiben ähm ob ihr ähm an so einer Lobby teilnehmen würdet auf dem PC natürlich oder ob ihr sagt hm ne Lobby ist irgendwie keine Lust dann werde ich keine Lobbys machen ähm ähm ja schreibt es einfach mal in die Kommentare das ist ziemlich wichtig wenn ihr mich noch nicht in Steam geedit habt könnt ihr das immer noch tun meine Steam-Addy steht in meiner Kanalbeschreibung und genau das war's eigentlich ja dazu wieder also wie gesagt Antreuer also es wäre halt mir ganz wichtig mal zu wissen ähm wie viele Leute überhaupt teilnehmen würden an so einer Lobby und ob es sich überhaupt lohnt weil wenn jetzt irgendwie nur keine Ahnung fünf Leute sag ich mal an so einer Open Lobby teilnehmen würden dann ja wird es sich nicht rentieren finde ich jetzt zumindest und deswegen ja schreibt es in die Kommentare wäre ziemlich wichtig eigentlich und ja könnt mich ins Team hätten ansonsten ähm ja die Qualität des Videos habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt ein bisschen sehr fail tut mir auch schon fast ein bisschen leid nicht Spaß ja ist natürlich fail wie gesagt aber was soll ich machen also Aufnahme-Fail ey das ist das dümmste was passieren kann ohne Spaß vor allem das fällt dir erst im Nachhinein so auf und naja na gut wo war ich jetzt eigentlich stehen Ahja Open Lobbys ich glaube das war es eigentlich auch schon so weit so weit zu dem Thema ähm ansonsten wenn ihr irgendwelche andere Vorschläge ich meine ihr könnt wenn ich so MW2 zock oder so also es ist Steam das meistens nur MW2 dann könnt ihr mir auch so immer mal joinen also es kommt halt immer auf die Situation drauf an ähm ihr könnt mich halt auch gerne äh fragen irgendwie so ja hey wie sieht's aus oder so aber wenn ich halt mit Clan-Member zock zu 6 oder so dann müsst ihr es halt verstehen dass ihr rausgehen müsst oder so aber ja das war es soweit zu dem Thema und ja hier hab ich die Killcam oh mein Gott Triple oh ah man ne gut äh der erste Kau war glaube ich 20-3 ach ja 20-3 nicht 20-1 ich war die ganze Zeit auf 20-1 fixiert what the fuck naja egal auf jeden Fall wenn es euch gefallen hat Daumen hoch oh ne Spaß ich bin nicht Daumen geil aber egal tut es trotzdem und ja ciao